Musik Hallo und herzlich willkommen zu meinem Musikblog. In diesem Video möchte ich euch Chico Trojillo aus Chile vorstellen. Sie sind einer der bedeutendsten Vertreter der Nueva Gumbia Chilena und einer der bekanntesten chilenischen Bands. Durch ihre Mischung aus klassischen Gumbia, Bolero, lateinamerikanischer Musik sowie Bikern und Reggae erreichen sie Menschen aller Altersstufen, Geschmacksrichtungen und auch über ihr Genre hinaus. Und damit auch ihr auf den Geschmack von Chico Trojillo kommt, hören wir jetzt mal kurz in ihren Song No Me Busquets rein. Ausatmen 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 No, no me busques. Chico Trujillo gründete sich 1999 in Valparaiso, Chile als ein Ableger der Punk-Scar-Band La Floribondio. Seitdem haben sie fünf Studio-Alben und ein Live-Album veröffentlicht und sie schafften es dabei, alle Aspekte der chilenischen Volkskultur respektvoll in einen zu integrieren. Sie haben musikalische Teile der Vergangenheit mit den globalen Effekten der alternativen Kultur vermischt und verschmelzen alle Effekte unter dem Banner der Ban Gumbia. Mit ihrem Musikcocktail und einer großen Prise guter Laune heizen Chico Trujillo regelmäßig den Clubs in Chile und auf der Welt ein. Sie hatten 2010 Auftritte in Dänemark, Belgien und Frankreich. 2011 folgte eine große USA-Tour, aber auch in Ländern wie Deutschland, Spanien, Serbien und Marokko. Und noch viel mehr haben sie das Publikum zum Tanzen gebracht und vermitteln dabei ganz auf ihre Art chilenische Kultur und Lebensweise. Und damit ihr auch versteht, von was ich hier rede, hier ein Ausschnitt aus ihrem Konzert in Austin Talkstars von 2012. Das war's für heute. Musik 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 Chico Trujillo wurde mit der Entscheidung gegründet, die tanzbare Musik aus Chile in die ganze Welt zu tragen. Sozusagen überall ein Stückchen Chile verteilen. Sie wollen mit ihrer Musik alle Generationen erreichen und zu einem vereinen. Seit Juli sind Chico Trujillo auf großer Europatour. Gestartet wurde in Berlin und sie sind jetzt unterwegs nach Frankreich, Spanien und Schweiz. Alle Konzerttermine findet ihr auf ihrer Homepage. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, auf ein Konzert von Chico Trujillo zu gehen, dann macht das. Denn die Ausgelassenheit der Jungs ist eine willkommene Rückkehr in die Welt der Partynacht. Freude und Tanten sind bei ihren Konzerten eine Garantie. Und wenn ihr noch mehr über Chico Trujillo erfahren möchtet, dann findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu ihrer Homepage sowie weitere Direktverlinkungen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Feedback in den Kommentaren oder per Like-Button von euch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.